Also dass Frauen in technischen Berufen eher untypisch sind, habe ich sofort mitbekommen. Als ich jedem erzählt habe, dass ich Maschinenbau studieren möchte, waren alle so, du bist doch aber ein Mädchen. Wie kam es denn dazu? Ich finde es eigentlich schade, dass das so wenig Frauen machen und ich finde, man sollte denen jetzt das Gegenteil zeigen und sagen, dass wir Frauen auch Maschinenbau können. Maschinenbau ist im Grunde genommen alles von der kleinsten Schraube bis zum Auto. Ich habe mich für Maschinenbau entschieden, weil ich schon immer die Technik gemocht hatte. In der Schule hat mir Physik und Mathe sehr viel Spaß gemacht. Maschinenbau ist etwas, was überall ist und wo viele Chancen in der späteren Berufswelt sind und es steht einem alles offen. Die Atmosphäre ist super, also man hat ja kleine Seminargruppen. Die Leute sind alle nett, man hat gute Kontakte zu den anderen geschlossen, trifft sich in Lerngruppen, geht auch zusammen mal was Unternehmen und eigentlich alle sehr, sehr nett hier. Mein Name ist Katja, ich studiere Maschinenbau im Bachelor an der THB.